nein ist auf willkommen in einem neuen video von random life und wir hoffen mal sie steht auf sie steht auf leute mega mega ich brauche jetzt erst mal meine ist nicht dein ernst ich hab die ich hab die marauder oben auf dem nicht auf dem auto gelegt habe ich nicht okay muss ich jetzt mit der hand kleiner schockmoment ich hatte eigentlich gedacht dass ich die marauder mitgenommen habe jetzt arbeite ich mit meiner ersatztaschenlampe die sophien wie gesagt das wäre mega wenn du die gleich brauchst wegen rot und so sagst du bescheid ach guck mal hier vorne haben wir da schon was ein altes fasten milch fast oder so also wie gesagt immer keine werbung sondern ich zeige euch einfach nur welche ausstattung ich habe so wir sind in einem bunker aus der zeit des zweiten weltkrieges der in der nachkriegszeit wie man unschwer erkennen kann von einer brauerei genutzt wurde und hier stehen noch ganz ganz viele alte wie nennt man die kisten ja gerne zur migrationsirrtümer ziehen nicht navigationsirrtümer ziehen nicht kein datum hier haben wir noch richtig alte truhe ist aber leer das noch eine große und da geht es lang mit wem bin ich eigentlich heute unterwegs mit klick und hier schon gesehen die erste schrift die habe ich damals gar nicht gesehen als wir das erste mal hier waren rauchen verboten und ausgang schriftung wenn du magst geht du da lang ich schon mal hier lang hier wieder so eine alte ölkammer eine kiste und typisch für die damalige zeit ist dieser bau hier finden wir noch die alte verkabelung und das wäre wahrscheinlich damals ein alter ausgang gewesen der ist heute zu betoniert hier kommt schon der putz von der decke hier finden wir noch die alte die alten lampen und und die device security 2016er edition keine ahnung warum die ist was entdeckt oh ja die ist noch gut erhalten richtiger bierkasten und was da hinten ist das eine neon reklame alter reifen und hier war wahrscheinlich die kohle gelagert der kohlebunker das ist nämlich alles kohlestaub die eier sind alle weg hier noch mal interessant dass die bunker in einer region immer ähnlich aussehen auch die steine sind ähnlich natürlich man hat ja regional auch oft gearbeitet weitere öl kann hier ist sogar noch was drin das ist die klassische bunker tier die wir kennen klassische wm wd oder stehenden datum 1900 ollie kommen komm mal her schnell komm guck mal was für datum darauf steht siehst du das 1943 1943 geile oder ja 19 hat das bedeutet sind originale kanister aus der zeit des zweiten weltkrieges hammer das bedeutet die relikte die wir sehen leute alles original alles wirklich original mega gut sogar noch ein bisschen öl drin gummi reifen anlasser vielleicht oder sowas ich weiß es nicht auf jeden fall irgendwas mit autos hatte das thema hier zu tun bodenzug regal also das ist schon ein sehr spannendes objekt leute hier sind wir die verkabelung auch hier noch alles da eine relativ neue tür dann wahrscheinlich von einer logistik irgendwelche rollpaletten oder sowas hat der kühlschrank wie gesagt es lohnt sich immer 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 auch auf dem boden zu gucken und man findet wie gesagt 1943 leute das ist mega das ist wirklich mega alte tische was ist das hier denn an der tafel da steht frauen zigaretten schnaps bier und dann hat er das abgehakt also vom bier hat auf jeden fall am meisten gehabt schnaps hat er auch frauen hat er nur drei gehabt ein bisschen witzig krass und das ding haben wir gerade in dem anderen bunker gesehen genau das gleiche nur völlig verrostet für uns ist das übrigens der dritte bunker heute für euch ist es der erste die videos haben nämlich alle eine ausreichende länge für ein video hier konnte man die platte mit diesem mechanismus rausziehen und ist man hier an die entwässerung gekommen hier findet man irgendeinen sieht aus wie ein übergroßer bremssattel von dem fahrrad kennt ihr vielleicht von früher noch oder auch heute noch je nachdem war auch groß unten ist verwinkelt und ja auch wieder schmierfett dann hat man hier geguckt ob da was versteckt wurde die alten waschbecken die hatten wir auch letzte mal in dem anderen bunker und hier die tür das ist alles noch in einem perfekten zustand toilette ist noch heile selbst die sitzbalken mega hier ist leider keine mehr drin hier ist auch weg und hier hat man salz oder so rein gebracht da oben ist ein notausgang das bedeutet die wand hat dann also zusätzlich oder nachträglich eingesetzt die lampen sind sogar noch drin ah guck mal hier das ist die frauentoilette da steht nichts drauf heute sind hier gerade auf der frauentoilette handverspecken waren hier das könnte eventuell ein blitzableiter gewesen sein die toiletten leider auch schon teilweise kaputt gemacht von irgendwelchen vandalen baurei irre 18 8 8 76 alter schwede aber für höhen 40 leute 1944 1944 fett das ist nicht so angenehm da ist der notausgang weil jetzt mal sich hier drin war hatte ich ganz stark corona und war acht monate krank und das schön heute gesund hier sein zu können und schauen was ich jetzt gesehen habe verwandt raum okay man muss auch mal ab und zu spielen das kann nämlich die marauder die kann verschiedene farben herrlich also noch mal ein bisschen ernsthaft das war der verwandt raum ich denke die tür wurde nachträglich eingebracht weil das war natürlich nicht der verwandt raum das war die toilette bedeutet vielleicht kommen wir noch dahin wo der verwandt raum war da kommen wir gerade her gibt es noch eine tür da gibt noch eine tür und ich drehe mich einmal damit ihr seht wie es hier aussieht hier oben war die durchlüftung damit auch ein luftaustausch sichergestellt wurde hier haben wir irgendwie öl die ganzen leitungen alles noch da auch wie gesagt ganz ganz selten alte schaufel boah zustand ist auch atemberaubend leute der zustand ist wirklich atemberaubend noch ein raum links und rechts können wir die leitungen sehen noch ein raum hier passt bestimmt 150 200 personen rein und ich denke es musste auch eine belüftung vorhanden sein damit ein ausreichender luftaustausch sichergestellt war ich glaube übrigens gerade durch spinnenweben bedeutet hier war schon lange keiner mehr rauchen verboten als ich damals hier waren lagen männerpornos also ausschließlich mit männern die liegen aber anscheinend nicht mehr hier stallagniten und stallaktiten viele die mir vielleicht in den letzten videos schon zugehört haben wissen ein user hat mir gesagt stallaktiten wachsen immer von oben wie er darauf gekommen ist überlasse ich eure eigenen fantasie doch da ist er noch homogenes man kann zum glück nicht so viel drauf sonst müsste ich verpixeln und hier ist sogar noch der ist der handschuh ich dachte schon dass wir männerstelle hier schuldigung gasdruck tür hier haben wir den ausgang das bedeutet wir kommen so langsam zum ende des bauwerks hier ist noch das glas ist allerdings gesplittert und hier war mal oder ist ein durchbruch hat man eine flasche rein gesteckt das ist ja spannend vielleicht für die leute die übernachtet die jetzt schutz gesucht haben oder von der brauerei das kann auch sein dass hier die mitarbeiter karten drin waren das könnte sein hier war die elektrische verteilung aufgebaut hier hat man dann die kabel schon alle geklaut da gehen auf jeden fall kabel lang könnte auch eventuell was mit elektrizität zu tun haben dass da irgendwelche sicherungen oder so drin waren ich weiß es nicht vielleicht wisst ihr es ja und jetzt kommen wir auf jeden fall zu einem highlight ich finde auf jeden fall das ist ein highlight ich bring euch jetzt mal hier hoch hier ist der ganze putsch schon von der decke gefallen der liegt jetzt hier auf dem boden das handgeländer verrostet und schaut mal wie schön schaut euch das mal an wie schön das ist wow ne toll welch farben spiel eine tote maus zwei und hier ist ein ausgang der ist allerdings zu so meine freunde so meine freunde also ich bin ein bisschen aus dem atmen vielleicht habt ihr es in den letzten video schon gemerkt ich bin leider krank auch schon etwas länger kein corona sondern ich denke irgendeine sommergrippe die sehr hartnäckig ist die will irgendwie nicht weg deswegen ist meine lunge leider sehr stark belegt und ich bin nicht so leistungsfähig wie sonst und deswegen bin ich so ein bisschen außer atmen aber seht es einfach nach und irgendwann wird das schon besser werden hoffe ich genau also ich hoffe das bauwerk hat euch ein wenig gefallen wir hatten auf jeden fall heute einen guten tag wir sind in alle drei pins reingekommen danke nochmal an die edlen entspannender vor allem an den schlüssel gehen wir natürlich wieder genau dahin zurück wo wir ihn her gefunden haben und ja in dieser stelle bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen ich wünsche euch einen wunderschönen tag oder abend je nachdem wann das video ausgestrahlt wird und bleibt mir treu und ich sage bis zum nächsten mal euer random life